Vielen Dank für die einführenden Worte. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie zum letzten Vortrag am letzten Tag noch so zahlreich erschienen sind. Wie angesprochen, möchte ich innerhalb der nächsten knapp 20 Minuten berichten, wie wir GioNode 2.0 als Geoportal-Lösung im EU-Projekt Climb verwendet haben und was wir dabei für Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich insbesondere auch meinen Kollegen Daniel Gerken, der diesen Vortrag ursprünglich halten sollte, aber aufgrund einer neuen beruflichen Anstellung heute nicht hier sein kann. Nur dass Sie das im Hinterkopf behalten, falls Sie meinen Namen nicht im Programm vorgefunden haben. Im Prinzip, Geoportale fungieren sehr häufig als zentrale Elemente in Geodateninfrastrukturen, ermöglichen den webbasierten Zugriff auf Geodaten und Geodatendienste. So auch im hier vorliegenden Projekt Climb, ein EUFP7-Projekt. Die hier vorgestellte Webplattform diente hier einmal als Plattform für den projektinternen Austausch von Geodaten, aber auch hinterher dann zur Verbreitung ausgewählter Projektergebnisse. Das Ganze basiert auf Open-Source-Software, zum einen aus Kostengründen, aber auch um möglichst leicht Erweiterungen platzieren zu können, die dann projektspezifische Funktionalitäten abdecken sollten. Das Climb-Projekt selber war ein relativ großes internationales Forschungsprojekt mit 20 Partnern aus neun Ländern, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Hydrologie und das Management von Wasserressourcen im mediterranen Raum beschäftigt haben. Und das ganze Projekt wurde geleitet oder koordiniert von der LMU München und der Bayerischen Forschungsallianz und hat schlussendlich einige Ergebnisse produziert, die sich diesen hier dargestellten sieben Untersuchungsgebieten zuordnen lassen. Also einmal in Südfrankreich die To-Lagune, Rio Manu, die San Sperate im Süden Sardiniens, Cochaeli östlich von Istanbul, Chiba im Norden Tunesiens, das Nil-Delta genauso wie der Gaza-Streifen. Was Sie hier sehen können, ist ein Überblick über die verwendete Architektur innerhalb der projektbezogenen Geodateninfrastruktur, wie wir sie im Work Package 2 zum Geodatenmanagement umgesetzt haben. Sie können hier einmal das Geoportal basierend auf Geonode wiederfinden, also das Zentralelement dieses Vortrags, aber auch andere Komponenten, die auf dem Weg dahin relevant waren oder relevant sind. Da sind sicherlich zuallererst die Climb-Partner zu nennen, also letztlich die Leute, die die Modellierung durchgeführt haben, die die Daten geliefert haben, räumliche Daten, aber auch Zeitreihen, das Ganze über einen FTP-Server, dann von uns zentral weiterverarbeitet, in eine Postgres-Datenbank geschubst zum Großteil eine Geo-Server-Instanz, die auf diesen aufbereiteten Daten aufsetzt und OGC-konforme Dienste bereitstellt, WMS, WCS. Und diese Dienste sind dann im Geoportal zusammengefasst und lassen sich dann wiederum von Benutzern, von externen Nutzern über den Browser oder über eine eigene Desktop-GIS-Anwendung abrufen. Ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat ein Metainformationssystem und auch Web-Applikationen, die wir quasi zusätzlich dann erstellen mussten, um sozusagen die Climb-spezifischen Anforderungen auch abdecken zu können. Die besonderen Herausforderungen im Climb-Projekt ergaben sich im Prinzip schon aus der großen Anzahl an Datenproduzenten und Zulieferern, deren variierende nationale Standards hinsichtlich der Haltung von Geodaten. Wir hatten es mit ganz unterschiedlichen Fachgebieten zu tun, also sowohl Klimadaten, Bodenkarten, die Outputs der hydrologischen Modellierung sicherlich als Hauptelement, jeweils mit ihren unterschiedlichen Formaten, Typen etc. Auch die hydrologischen Modelle an sich, also wir hatten da 13 verschiedene Modelle, die dann letztlich angewendet wurden, kommen natürlich auch jeweils mit ihren eigenen Datenanforderungen hinsichtlich Input als auch Output. Und was im Laufe des Projekts ziemlich deutlich wurde, war die weit verbreitete geringe Bereitschaft zum Ausfüllen bzw. Erheben von Metadaten. Nachdem ich Ihnen jetzt also kurz das Climb-Projekt, also den Kontext dieser ganzen Arbeit vorgestellt habe, möchte ich mich im Weiteren auf die Geo-Portal-Lösung konzentrieren. Das wurde mit dem Software-Paket GeoNode umgesetzt. GeoNode wird auf deren Webseite, auf deren Projektseite als Plattform vorgestellt für die Erstellung von Geodaten-Infrastrukturen. GeoNode ermöglicht den Projektpartnern eine individuelle Verwaltung, der von Ihnen eingestellten Daten. Es ist erweiterbar, wie schon gesagt, zum Einbinden projektspezifischer Funktionalitäten, also sehr gut geeignet. Und insgesamt kann man sagen, ein für Einsteigerinnen und Einsteiger wirklich gutes GDI-Gesamtpaket, das on-board mit diesen Komponenten daherkommt. Zum einen die angesprochene GeoServer-Instanz als Kartenserver, dann ein Metadatenkatalog basierend auf PyCSW, GeoExplorer als GeoEx-basierter Client, Python mit dem Web-Framework Django und JavaScript für die Web-Anwendungen und als Datenbank-Backend PostgreSQL und Postgis. Dazu losgelöst von GeoNode noch zu nennen das Statistikpaket R, mit dem im Prinzip die gesamte Datenaufbereitung erledigt wurde. Diese Datenaufbereitung umfasste im Prinzip zwei verschiedene Stränge, einmal basierend auf den räumlichen Daten und einmal auf den gelieferten Zeitreihen. Was musste gemacht werden? Zum einen natürlich die Dateinamen überprüfen hinsichtlich irgendwelcher Fehler, weil die Dateinamen eine sehr entscheidende Rolle bei der automatisierten Generierung von Metadaten gespielt haben. Die Dateien mussten konvertiert werden, dass sozusagen die ganzen Zeitreihen, CSV-Tabellen, dann auch eine einheitliche Struktur hatten. Dann wurden sie transferiert in die Postgres-Datenbank. Für die Zeitreihen galt, dass Grafiken berechnet werden mussten und auf räumlicher Seite war eben vor allem das Generieren der Metadaten auf Basis der Dateinamen und die Produktion von Darstellungsstilen, also SLD-Dateien, waren da sehr wichtig. Auf den nächsten Folien sehen Sie jetzt ein paar Impressionen zum Kleinportal selbst. Das heißt, ich hangele mich dabei im Prinzip an der Navigationsleiste von Geonode entlang, womit man im Prinzip jederzeit die Hauptfunktionalitäten von Geonode prima erreichen kann. In der Layers-Section finden Sie hier eine Liste der ganzen verfügbaren Layer. Diese Liste können Sie auf der linken Seite prima eingrenzen, indem Sie zum Beispiel sich nur das Einzugsgebiet raussuchen, für das Sie sich interessieren. Sie können auch auf Basis der Keywords, der Schlüsselwörter, beispielsweise wenn Sie sich nur für ein bestimmtes ideologisches Modell interessieren oder ein bestimmtes Klimaszenario sehen wollen, lässt sich, wie gesagt, diese Liste der verfügbaren Layer nach und nach reduzieren. Wenn Sie sich für einen Layer entschieden haben und darüber Details erfahren möchten, brauchen Sie lediglich auf den Namen zu klicken und Sie enden auf dieser Seite. In dem Bereich sehen Sie hier eine Auswahl an Metadatenelementen. Diese Auswahl können Sie beim Konfigurieren von Geonode auch verändern. Wir haben uns jetzt hier also für ein Abstract entschieden, der Owner dieser Ressource und auch Supplemental Information, also quasi eine Information darüber, wie ein bestimmter Parameter genau berechnet worden ist. Hatte ich vorhin angedeutet, diese Metadatensätze sind automatisiert generiert worden, auf Basis der Dateinamen. In dem Fall also RMT für Riomanu, CSM der Indikator, also eine Entwicklung oder eine Änderung der Bodenfeuchte. BTH steht hier für Both, also beide Periods, sowohl die Referenz-Period als auch das Zukunftsszenario sind hier verarbeitet. Ein weiterer wichtiger Punkt sind hier unten die Styles. Standardmäßig kann man beim Upload auf Geonode nur einen Style zuordnen. In Climb war es aber auch gewünscht, dass man zum Beispiel einen bestimmten Parameter aus Riomanu mit dem Parameter aus Gaza vergleichen wollte. Und deswegen gibt es hier immer noch einen Stil, der quasi eine Klassifizierung ist, die auf alle Layer dieses Parameters dann zutrifft oder anwendbar ist. Also sprich, wenn Sie vergleichen wollen, sollten Sie hier einen anderen Style wählen. Genau, also je nach Zielrichtung sozusagen die Möglichkeit hier Darstellungsstile zu wählen. Sie können auch einen Layer nehmen und daraus eine Karte generieren, create a map. Dann landen Sie im Geo-Explorer-Kartenfenster von Geonode. Hier können Sie Ihre Karte designen. Sie können auch Feature-Infos abfragen und auch externe Dienste hinzuladen. Das heißt hier am Beispiel, was Sie hier sehen, hier sind die kommunalen Grenzen der Behörde Sardiniens aus deren Geoportal quasi mit eingeladen worden. Und auch die Einzugsgebietsgrenzen aus unserem Basemaps-Server. Ja, wenn Sie erfolgreich eingeloggt sind, also als angemeldeter und eingeloggter User, haben Sie auch die Möglichkeit, alle Layer einer gespeicherten Karte herunterzuladen. Auf einmal in einem SIP-Archiv. Was natürlich nur die Layer betrifft, die quasi von Geonode gehostet werden. Also die extern hinzugefügten Ressourcen können Sie natürlich nicht herunterladen. Ja, wie werden Sie registrierter Nutzer? In Climb ist keine Selbstregistrierung vorgesehen. Das heißt, wenn Sie Zugriff auf die tatsächlichen Climb-Output-Daten haben wollen, müssen Sie sich über den Koordinator registrieren lassen. In der People-Section der Navigationsleiste finden Sie dann auch Informationen zu registrierten Nutzern wie Institutionen etc. Ja, das war jetzt so der Block, den Geonode im Prinzip standardmäßig mitbringt, bezogen auf die räumlichen Outputs im Projekt. In Climb war auch wichtig, dass die zeitliche Veränderung der gewählten Indikatoren zum Ausdruck kommt, zumindest darüber informiert wird. Zu diesem Zweck haben wir eine Time-Series-Application erstellt, die quasi in das Geonode-Jungo-Projekt integriert ist. Ja, Sie haben hier die Möglichkeit, über ein Auswahlformular einen bestimmten Parameter auszuwählen zu einem bestimmten Themenfeld, also beispielsweise hydrologische Indikatoren, Tourismus, Landwirtschaft, das könnte man natürlich auch beliebig noch erweitern. Diese Auswahl ändert sich dynamisch, also wenn Sie beispielsweise Gaza gewählt haben, dann bekommen Sie den Indikator Snow-Water-Äquivalent nicht mehr geliefert, also reagiert hier auch, sodass man nicht ständig mit seinen Auswahloptionen dann im Nichts landet. Das Ganze ist dann halt mit JavaScript umgesetzt. Ja, wenn Sie dann erfolgreich Ihren gewünschten Indikator ausgewählt haben, enden Sie auf dieser Seite. Rechts sehen Sie eine Abbildung und auf der linken Seite eine kurze Beschreibung zu dieser Abbildung. Das heißt, dass Sie dann auch wissen, was da letztlich dargestellt wird. Also hier ist eine Entwicklung der aufeinanderfolgenden Tage mit geringem Abfluss dargestellt. Also Sie sehen hier im Prinzip ja den Trend, dass das immer weniger wird, beziehungsweise dass die Tage zunehmen, an denen es eben wenig Abfluss gibt. Und auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, wenn Sie eingeloggt sind, die dahinterliegenden Zeitreihen als CSV-Dateien herunterzuladen über diesen Download-Button. Ja, die serverseitig an dieser Applikation beteiligten Dateien sind hier aufgelistet. Formspy und Modeloutputpy, diese Python-Skripte definieren im Prinzip das Formular und die möglichen Auswahloptionen. Wie erwähnt, die JavaScript-Dateien sorgen im Prinzip dafür, dass die Ansicht dynamisch dann angepasst wird, auf Basis der bereits getätigten Selektionen. Und hier im Utils-Ordner finden Sie noch zwei Python-Skripte, die jetzt nicht direkt was mit der Time-Series-App zu tun haben, sondern eher dafür da waren, den Umgang mit großen Datenmengen zu erleichtern. Die Put-Describing-Text-into-Database-Py zum Beispiel verwendet das Psycop-G2-Modul, also ein Python-Modul zur Kommunikation mit PostgreSQL-Datenbanken. In unserem Fall dafür da, um die Textbeschreibung, die Sie eben auf der linken Seite gesehen haben, zu den Zeitreihen-Abbildungen in die Geonode-Datenbank entsprechend einzusortieren. Das heißt, die Quelle waren Textdateien und die wurden dann in die Datenbank überführt. GS-Config ist ein Python-Modul oder eine Python-Bibliothek zum Steuern von Geo-Server-Instanzen über die Rest-API. Und die findet eigentlich häufiger in Geonode-Anwendungen. Für uns speziell jetzt auch nochmal relevant für das Zuordnen der Darstellungsstile. Ich hatte ja gesagt, nicht nur ein Stil, sondern drei pro Layer waren gefordert. Und damit die auch den richtigen WMS-Layern letztlich zusortiert wurden, brauchten wir eben dieses Modul im Style-Loader-Pi-Skript. Ja, bevor ich das Gesagte nochmal zusammenfassen möchte, ein paar Zahlen zum Kleinportal. Letzten Endes sind es dann 3076 WMS-Layer geworden aus den sieben angesprochenen Testgebieten und den 13 verschiedenen hydrologischen Modellläufen. Jeder dieser Layer kommt mit drei unterschiedlichen Darstellungsstilen daher, also SLD-Files und einem eigenen Metadatensatz jeweils, die automatisiert in R generiert wurden vorab. Wir haben insgesamt 1576 Datenbank-Tabellen zu den 13 Zeitreihen-Indikatoren. Diese speisen dann letztlich knapp 200 Zeitreihen-Abbildungen plus nochmal 70 Modellvergleichs-Abbildungen, also wo dann quasi Reference und Future Period in einer Abbildung zusammengefasst wurden. Und bis jetzt haben wir halt 23 registrierte Nutzer, wobei sich das noch erhöhen wird, ja, allein durch die Climb-Member, die noch dazukommen sollen. Ja, was Climb angeht, kann man sagen, das Climb-Portal hat einige der eingangs erwähnten Herausforderungen lösen können, also sprich die hydrogen Daten- und Dateiformate. Wir haben jetzt zu jedem Layer auch tatsächlich einen mehr oder weniger ISO-konformen Metadatensatz. und das Problem der uneinleitlichen Präsentation von Modellergebnissen, gerade auch was die Zeitreihen anging. Da hatte jeder seine eigenen Abbildungen und Vorstellungen. Das konnten wir hier im Prinzip mit dem Portal dann lösen. Das Portal bietet also letztlich Karten und Abbildungen aussagekräftiger Indikatoren plus einen Zugang zu den Daten, die dahinter liegen, für registrierte Benutzer. Also im Prinzip ist das hier eine Open-Source-Lösung, die es langfristig ermöglicht, auf die projektbezogenen Modellergebnisse zuzugreifen. GeoNode selber hat sich im Prinzip als relativ leicht zu erlernen herausgestellt, also die Installation war sehr leicht, die Konfiguration ebenfalls und auch die Administration. Es ist ziemlich gut dokumentiert, bietet auch von sich aus schon im Prinzip die meisten wichtigen Elemente einer GDI dann on-board dabei und es lässt sich auch relativ gut und intuitiv erweitern. Was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, bisher war es nicht möglich, da eine volle Inspire-Konformität herzustellen. Und was besonders aufgefallen ist, bei einer hohen Anzahl an Layern, die schon auf dem Portal sind, erhöhen sich die Upload-Zeiten enorm. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel bei jedem neuen Upload das Gate-Capabilities-Dokument neu erstellt wird. Also selbst wenn Sie 30 Layer auf einmal hochladen wollen, wird dieses Dokument nach jedem einzelnen wieder aktualisiert und allein das, wenn man sich die Log-Dateien anguckt, dauert mittlerweile dann schon seine 20 Minuten. Also war relativ umständlich am Ende. Insgesamt kann man aber sagen, dass sich GeoNode 2.0 als gute Wahl für die Umsetzung der zentralen Austauschplattform in Climb herausgestellt hat. Ja, so als Fazit. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, wenn Sie sich das Portal genauer angucken wollen, unter der URL, die hier angegeben ist, ist zu finden. Sie können sich auch über das Kleinprojekt selber informieren, wenn Sie wollen. Und jetzt ja auch noch Fragen stellen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Blaschek. Wer hat denn die erste Frage? Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich renne da mal rüber. Ich wollte mal fragen, ob man die Rollen auch dazu nutzen kann, die Layer schon zu betrachten, also dass man schon vorher festlegen kann, wer was sehen darf oder ob das nur für den Download ist. Ja, kann man. Also Sie können das auch auf Basis von bestimmten User Groups dann festlegen. Beim Upload können Sie die Permissions regeln auch hinterher noch. Sie haben davon gesprochen, 1500 Tabellen sind jetzt in einer Datenbank. Habt ihr das richtig verstanden? Ja. Wie viele von diesen Tabellen mussten initial angelegt werden und wie viele stammen von den Benutzern? Also im Prinzip wurden diese, das sind ja jetzt erstmal nur die Zeitreihen, also die räumlichen Files, die quasi dann von GeoServer verarbeitet wurden, lagen als Dateisystem vor, also als GeoTIFF. Das heißt, es betrifft hier erstmal eh nur die Zeitreihen. Und das war im Prinzip so, dass hier die Verarbeitung, also das Transferieren, das Schubsen der Dateien in die Postgres-Datenbank halt über R passiert ist, also über eine R-Schnittstelle zu Postgres. Also im Prinzip, ja, das, genau, also ich hab mir da jetzt nicht erst ein Schema angelegt und darüber groß Gedanken gemacht. Also es lief über die Schnittstellen, die er dann bereitstellt. Ich hab auch noch eine Frage, und zwar, ja, ich bin ganz nah dran. Ah, ich muss laut reden, okay. Ich hatte das Stichwort OGC eigentlich jetzt nirgends gesehen, aber ich vermute schon, dass Sie Dienste einbinden in dem GeoPortal. Also welche Dienste? Mindestens wahrscheinlich WMS sind auch andere. Genau, also für den Download dann WCS. Okay. Also wir haben auch vorab, vielleicht noch als Information, das wurde ja eben auch gefragt hier bei dem Vortrag vor meinem, die Integration von Base-Layern aus einem externen anderen Dienst ist halt auch problemlos möglich. Also man kann in GeoNode in der Hauptkonfigurationsdatei diese Adresse angeben, und dann wird die per Default schon bei der, in dem Karten-Window kann man sie halt quasi auswählen per Klick. Also es ist relativ komfortabel, auch möglich dort bestimmte externe Dienste ja, bereitzustellen dann. Ja gut, anscheinend keine weiteren Fragen erstmal. Dann danke nochmal an Michael Blaschek. Vielen Dank.